Ab Oktober dieses Jahres beträgt der gesetzliche Mindestlohn in Deutschland 12 Euro je Arbeitsstunde. Das hat der Deutsche Bundestag beschlossen. Dann tritt das Mindestlohngesetz der Bundesregierung in Kraft. Bereits seit 1. Juli verdienen Menschen im Niedriglohnbereich mehr Geld. Sie erhalten nun 10,45 Euro brutto pro Stunde. Im Januar 2021 waren es noch knapp 1 Euro weniger. Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung betrifft die Mindestlohnerhöhung rund 22 Prozent aller Beschäftigungsverhältnisse. Von den Erhöhungen profitieren damit über 6 Millionen Menschen in Deutschland. Der Arbeitgeber darf ihn künftig nicht weniger als 10,45 Euro pro Stunde für geleistete Arbeit bezahlen. Ab Oktober nicht weniger als 12 Euro. Der Deutsche Gewerkschaftsbund begrüßt die Entscheidung. Das sei auch ein wichtiger Schritt, um später im Rentenalter Armut zu mindern, hieß es. Die Entgeltgrenze für Minijobs steigt von 450 auf 520 Euro an. Die Bundesregierung will zudem Maßnahmen beschleunigen, um die Aufnahme in eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu fördern. Um sicherzustellen, dass der Mindestlohn tatsächlich für jede Arbeitsstunde bezahlt wird, besteht in bestimmten Branchen nun die Pflicht, die Arbeitszeiten zu notieren. Der Arbeitgeber muss also Beginn und Ende jedes Arbeitstages sowie die konkrete Dauer der Pausen notieren lassen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, SPD, erklärte, ein armutsfester Mindestlohn sei eine Frage der Leistungsgerechtigkeit und des Respekts vor ehrlicher Arbeit. Von der Erhöhung profitierten vor allem in Ostdeutschland lebende Frauen. Die Anhebung kommt insbesondere den Leuten zugute, die in der Pandemie dieses Land am Laufen gehalten haben, sagte der Bundesarbeitsminister. Bundesarbeitsministerравля Bundesarbeitsminister Laufen Deine usch portal 1-640 Euro an. Die Anhebung wird Flint und Deli k questions México